ja hast du noch mal wieder ja mach ich Teilicke ich geb dir kurzen Freistoß ja und die langen auch achso ja ok ja macht Sinn ey Gauchu ist der da komm mal vor sie bruder level die taktischen Einstellungen lass ich auf ausgeglichene ne ich frag nur vorsichtshalber falls ihr inzwischen was geändert habt nach spiel suchen wir heißen die B-Wolfs wa? ne fang mal hat bei bow so w 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 Ab die D.S.N.B. Wolfs FC, so wie bei uns Spieler Plus. Ist Attila da? Wolfs Garjo. B. Wolfs FC, ja müsste passen. Morgen ist Freitag, Mann? Mhm. 1047. Ey, ich war Attila scheiße hingegangen, ja. Er ist da. Kann ich starten? Ja, kann ich starten? Ja, kann ich starten? Nee, los geht's, Jungs. Die müssen wir schlagen, Jungs, ja. Ich mach rote Trikots, ja. 2 sogar. Ist bei euch rot, ja. Ja, ich bin nicht so, dass du mit einem 23-Siege bist. Hm? Mit einem 23-Siege, Mann? Ja, du bist bei uns auf jeden Fall. Ingen. Ist das schlimm, Mann? Der geht jetzt wie ein Shadow-East-Baller. Ich bin Tee. Ey, ich bin wirklich, wie war's. Zähl mal. Zähl mal, good man. Ach so, ich dachte, du hast über den Kacken ausgerissen, Jungs. Zähl mal. Der hat sein... All Jungs, Konzentration, ja? Ah, die, Defensive steht. Wo denen markieren, kalieren und zackieren. Max, schränk nicht an, na. Defensive war neulich stabil. Ich möchte, dass es genauso weitergeht. All Jungs. All Jungs. All Jungs. Kino raus rein? Was da ein Sticker raus rein? And if the game is as enticing on the pitch, as it looks on paper, we're not going to be disappointed. Lee, this should be magnificent. Well, three points here today to add to that hard four point in game one will constitute a fine start to the season. I'm sure the coach will be happy with that. There's a aim, right? No? Sure. Good play at in. Good play at in. Can they forge ahead? Good defending to prevent the chance. Good trump. Oh, shit. Ich mach nach vorne, ja? Geh. Geh. OOO Und er redet. stark krank nein boah, ein Brummler jetzt noch so deutsch damit ist es zu sicher krass wir fangen ab jetzt springen bestimmt mal nur ein kurzer Scheiß oh, Max zurück, 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 zurück sprinten gerade das war nicht gut, Alter Karpu bleibt im Tor sehr gut sehr gut wenn du kannst, spüren alles gut alles gut abfang abfang, jeder hat den jeder hat den Jungs die der hat den fahre ein 2 R2 wog super Okay Jungs KP hält ihn, ja? Das ist mein Topf dickend Okay, lass mal ein Tor machen, ne? Das ist ja so langsam, ne? Oh man Stark Ich bin mit Max Sprech und Zeit für die Kross Kendinga Alles gut Läufst du außen? Komm! Nein! Ich war durch Ich bin da Oh zu Ich bin da Und mit dem Platz, die wir im Midfiel und am Fronten haben, sie schreiten wirklich Probleme Vorsicht, die lauern Nicht ein großer Pass ... ... ... Das war's für heute. Ich spiele die Linie hoch. Aufpassen. Zu stark. Weiter. Abseits, Abseits, Abseits. Digga ist Abseits, oder? Metern. Ich küsse deine Augen. K.P. Halting, komm. So, 2-0. G. Oh, er ist weitergelegend. Das läuft hier überhaupt nicht, Alter. Oh, unser. Komm, einer. Grundlinie. Grundlinie, Grundlinie, Grundlinie. Ja. Schade. Abfangen. Max, geh du zumachen. Meine Kondition ist wirklich null. Ich weiß auch nicht, warum ich so viel gerannt bin. Müll, ja. Die alte war nichts, Jungs. Okay, die Elfmeter waren auch Müll eigentlich, aber wir müssen jetzt nichtsdestotrotz besser spielen vorne, Alter. Wir müssen auch besser stehen. Wenn die Gegner den Ball haben, müssen wir die mal besser abfangen. Wir können die gar nicht unter Druck setzen. Da muss echt jeder mal wirklich drauf gehen, ja. Nicht einfach nur hinten drin stehen, auch gut die Passwege zumachen. Gut ablaufen. Frühere Ballgewinne brauchen wir. Ja, ja. Genau. Also die stehen hinten stabil auf jeden Fall, aber nicht hundertprozentig stabil. Die können durchkommen, ey. Ja, halt drei gegen neun ist schwer, ne. Kommt, Jungs, kommt. Ja. Sehr gut aufgefasst. Oh, schweiz. Oh, schweiz. Oh, Mann, 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 Mann. Was hat denn? Ja, gut. Scheiße. Scheiße. Scheiße, ich weiß, was das ist. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Oh Mann. Fahlaga. Wilsson. Castro. Bellinghausen. Oh, das ist gut. 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 Krass. Ich habe sofort gespielt. Ja. Ich habe. Ey. Krass. Was ist mit meinem los? Neumann. Was denn? Krass. Krass. Wie schnell wenn wir uns... ... Holt ihr mal ja. Ich habe auch nicht viel ausgemacht. Ja. Jungs, 70. Minute, wir pressen, bisschen aggressiver jetzt, bisschen konsequenter hochgehen. Krapi, sag an. Oh, Digger, alles voll, ja. Müller. Ja, noch zu, kauf, André, kauf. Jungs, komm, fress die auf, ja, die müssen wir fressen, ja. Sehr gut. Die gleich faul, ja. Ja, ist ja recht, aber wir kriegen den Ball nicht gewonnen, Alter. Füdi. Möller hat ihn. Und das war ein sehr guter Ried. Gell, ne, wo? Und ein guter Tackle? Just ten Minuten zu gehen. Ey. Wir müssen ein bisschen rauskommen. Ach, Scheiße, Alter. Haben wir gut gemacht, ja, wir Wichser, Alter. Was für ein Krass, ey. Wir haben selber mal gar keinen Torschuss. Über tot, ja. Über tot, ja. Krass, ja. Wahnsinn, ja. Wir haben es ja Dinger. Und, ja. Bodyglitch. Was für ein Krass... Schade, ja. War schwer, dicker, ja. Ist ja ein Fehler... Schick... Er hat nichts gedrückt. 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 Er ist einfach gelaufen. Wir müssen raus. Das ist Abpfiff. Baller raus. Wir haben verloren. Baller raus. Er hat nichts gedrückt. Er hat nichts gedrückt. Er hat nichts gedrückt. Tor. Pfeift er nicht ab? Ist das Spiel kaputt? Wir haben nicht mal einen. Was willst du machen? Überschlecht. Aber ganz ehrlich, die hatten auch krass Glück. Boah, Alter. Hm. Keine Ahnung, oder? Ich weiß auch nicht. Bei jedem Hackenschlag nach hinten, wo er den Ball gezogen hat, war er faul, Alter. Also, irgendwie. Wie viele Fouls geben. Vor allem nicht zwei in einem Spiel. Selbe Position, Alter. Man, im realen Fußball ist doch auch, Alter, der pfeift doch niemals, wenn der Stürmer nicht hinfällt, ja? Niemals pfeift er. Und der Stürmer, Alter, der hat einen Tritt gegen seine Ferse bekommen, höchstens, Alter. Was ist das? Mann, wir waren auch nicht gut, ja. Wir waren auch nicht gut, Jungs. Ich überlege echt bei so einem Spiel, ob wir eine Taktikumstellung machen sollen, ja? Weil wir waren gar nicht im Spiel, ja? Die haben uns komplett aus dem Spiel rausgenommen. Keine frühen Ballgewinne. Die konnten spielen wie sie wollten, Alter. Und wenn wir den Ball hatten, kam sofort einer drauf, Alter. Die waren uns taktisch überlegen. Ist so. War bitter, ja? Ich schwöre. Wir konnten gar nicht einmal ins 1 gegen 1 Dribbling gehen, ne? Nicht einmal ins 1 gegen 1 Dribbling, Alter. Wir haben im Spielaufbau den Ball verloren. Wenn wir die Mitte gesucht haben, waren neun Leute drin, wir konnten unseren ZOM nicht anspielen, Alter. Weil da so viele Leute um ihn herum waren. Sobald er den Ball angenommen hat, war der Ball weg, Alter. Konnt ihr nicht mal annehmen, Mann? Die Elfmeter waren schlimm, ja? Wir hatten schon keine Hoffnung mehr, Alter. Man, wir hatten schon kein Glück und dann kam nur Pech dazu. Ja, und? Was sollen wir jetzt dagegen machen? Sollen wir die schlechter machen? Die waren wirklich nicht gut, ja? Sollen wir die haben wir noch вместе. Ich hab 89 Defensive, Digga. Vielen Dank.